Ob Anfänger oder Profi, mit Dovetail Games Eurofishing kann sich jeder den Nervenkitzel des Angelns in die eigenen vier Wände holen. Als erfolgreicher Angler muss man Rute und Schnur vollkommen unter Kontrolle haben. Totale Kontrolle beim Auswurf ist ein physikbasiertes System zum Auswerfen und Einholen der Angel. So wird für ein authentisches Angel-Erlebnis mit der Maus oder dem Controller gesorgt. Über die Anleitungen im Spiel lernst du, wie man die Angel auswirft. Und bei den Auswerpherausforderungen von Dovetail Games Eurofishing kannst du deine Fähigkeiten weiter verbessern. Mit etwas Übung kannst du deine Angel bald punktgenau auswerfen und lernst auch, wie du sie einholen musst. Alles dank der Hilfe der totalen Kontrolle beim Auswurf. Im Spiel erwarten dich fünf atemberaubende Seen, die auf den berühmtesten Anglerseen der Welt basieren. Jeder Standort verfügt über eigene Herausforderungen, wie zum Beispiel verschiedene Fischarten, unterschiedliche Wetterbedingungen und dynamische Tageszeitungen. An jedem See kannst du von zugewiesenen Angelpfählen ausfischen. Du kannst aber auch am See entlang pirschen und deine Angel direkt vom Ufer auswerfen. Einige Seen beherbergen berühmte Zielfische, sogenannte Bossfische, für die du viel Geduld und Geschick brauchst. Aber auch andere Fische stellen die Geschwindigkeit und Reflexe des Anglers auf die Probe. Bei Dovetail Games Eurofishing verhalten sich die Fische wie im echten Leben. Dank unserer fortschrittlichen KI kannst du beobachten, wie Fische von verschiedenen Faktoren wie Wassertemperatur, Tageszeit, Wetter oder Köder beeinflusst werden. In Dovetail Games Eurofishing steht dir eine große Auswahl authentischer Anglerausrüstung zur Verfügung. Verwende verschiedene Routen, Rollen, Montagen und Köder in tausenden möglichen Kombinationen, um den großen Fang zu machen. Ob du alleine oder mit Freunden und Gegnern angelst. Bei Dovetail Games Eurofishing hört der Wettkampf nie auf. Dovetail Games Eurofishing, das Angelabenteuer fürs Wohnzimmer.